Der britische Künstler Richard Hamilton, einer der Pioniere der Pop-Art-Bewegung, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der in London geborene Künstler wurde in den 50er Jahren mit Bildern und Collagen berühmt, die Zitate der Massenkultur enthielten. Eines seiner bekanntesten Bilder zeigte den Rolling Stones-Sänger Mick Jagger bei seiner Verhaftung. Pop-Art-Künstler wie Andy Warhol nannten Hamiltons Werk einen wesentlichen Einfluss auf ihre Arbeit.